Hallo. Ich weiß, warum du hier bist. Ich sehe jetzt auch, was du gemeint hast, als wir telefoniert haben. Aber keine Sorge, das kriegen wir alles hin. Es ist auch gar nicht so schlimm, wie du vielleicht jetzt meinst. Okay. Ich habe mein ganzes Arsenal hier aufgebaut. Und bitte entschuldige, das Getrampel da oben, aber irgendjemand stört immer. Entweder die Bauarbeiter, die sind gerade weg. Und jetzt fängt das hier an. Aber we have to deal with it. Wir fangen einfach mal an. Ich habe 17 Cremes da. 17. Wir haben eine Menge zu tun. Fangen wir an mit. Kasachirisa. Kasachirisa, Kasachirisa. Kasachirisa. What the fuck are you doing? Seriously? Oh my goodness, das ist schon fast leer. Aber das riecht so, so lecker. Lecker, lecker, lecker. Okay. If you don't mind, ich werde dein Gesicht anfassen, aber meine Hände sind sehr sauber. Zuerst einmal eine kleine Menge, weil wir wissen ja nicht, wie du darauf reagieren wirst, auf diese Creme. Okay? Okay. 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 Ich bin froh, dass ich dann alle坐 Gemeine 해서е. Okay. Okay. Ich bin froh, dass ich mich быть begeistert famine habe. Ich meine Hände, oder strachsing auf dem K?? Für mich wird Mama. Wenn du Pferd bist, also du multimbration hast, werde ich mit meinem внимание giant lighthouse inspireern. tup 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 ok natürlich sind wir noch lange nicht fertig aber du vertrickst die Creme sehr gut und ich hoffe das bleibt auch so bei dem Rest nehmen wir dieses Serum für diese hartnäckigen Stellen übrigens wenn ich ein bisschen verschlafen aussehe solange ich gewartet habe bis es ruhig ist was es jetzt immer noch nicht ist habe ich mich ein bisschen hingelegt und ein paar Videos geschaut vielleicht sehe ich deswegen verschlafen aus ok ich würde das einfach auf diese Stelle tupfen ok Okay. Jetzt hat mich jemand auch noch angerufen. Mein Gott, ich sag's euch. Die letzten Tage sind vielleicht... So sensi. Okay. Jetzt muss ich rangehen. Okay. Okay 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 okay. Deine Lippen könnten auch etwas vertragen, ich habe hier diese Maske hier, die können wir für ein paar Stunden sogar dran lassen, sie riecht sehr, sehr gut, sehr gut, bärig. Okay, also solange ich dich dann weiter eincreme, solange können wir die dran lassen. Typ, 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 typ. Typ, 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 typ. Typ, 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 typ. Ich weiß sie riecht gut, aber bitte nicht ablecken, okay? Sonst ist der Sinn und Zweck verfehlt, gehen wir weiter, dein Gesicht braucht Zuwendung, Bevor jemand fragt, das sind nicht alles meine Cremes, natürlich nicht. Das sieht aus wie Caramel, ich kenne die Creme nicht, also diese nicht meine. Das riecht, sagen wir mal natürlich. Okay, nur ein bisschen, damit wir schauen können, wie du sie verträgst. Kapatasten Kapatasten Kinden Schau, 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 schau. Meine Hände werden auch sehr gepflegt nach dieser Behandlung. Okay, falls sich irgendetwas nicht gut anfühlen sollte oder brennt oder irgendwas, sag mir Bescheid, okay, dann wischen wir das gleich ab. Wie wäre es mit diesem Vitaminserum hier? Sieht auf jeden Fall sehr gesund aus, mit diesem ganzen Obst und Gemüse hier drauf. Okay, machen wir das ein bisschen, oh, oh, das ist total flüssig, okay, das habe ich nicht gewusst, aber gut, das macht nichts, das macht absolut gar nichts. Wir tragen das schnell auf. Hilfe, Leute, ich glaube, ich muss das Video anhalten, weil es irgendwie jetzt auch noch Musik dazu gibt, zu diesem Getrampel. Okay, das hier soll ganz gut sein, das steht zwar Danke Mama drauf, aber auch wenn du keine Mama bist, wird es funktionieren. Ich bin wieder da. Ich musste wieder aufhören, weil es einfach viel zu laut wurde. Und, aber ich kann dich jetzt nicht im Stich lassen, weil dein Gesicht, deine Haut, sie braucht Pflege, deswegen müssen wir einfach weitermachen. Okay. Ich weiß leider nicht mehr, wir wollten die Mama Creme auftragen. Aber jetzt ist es zum Glück leise. Wir beten mal, dass es so bleibt. Die Mama Creme ist auch schon fast leer. Also, das ist auch nicht meine. Ich bin auch keine Mama. Okay. Ich bin eines Beste, ich bin ein Körbe, das ist wichtig und sch teles Ei. Also, das ist noch ein Körbe. Okay, ich bin ein Körbe gewesen. Dasidée wird ein Körbe von Körbe von Körbe. Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. weg mit der Mama Creme, bei der Haut sieht schon sehr viel besser aus, aber ich sehe da eine ganz 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 trockene Stelle, da hilft nur das hier, die norwegische Formel, da brauchen wir, ich weiß nicht ob du diese Creme kennst, aber wir brauchen wirklich ganz ganz wenig davon, das ist ein, das ist schon fast leer, das ist ein Konzentrat, ah, da kommt es ja schon, okay, okay, das ist, die trockene Stelle ist mitten auf deiner Nase, ich glaube, wir müssen uns auch mal der Partie unter deinen Augen widmen, unter deinen Augen, unter deinen Augen, unter deinen Augen, unter deinen Augen, ich habe hier eine Augencreme, das besondere daran ist, dass es hier solche Metallkügelchen in dieser Tube gibt, also können wir sie damit schön auftragen, ich werde auch ganz ganz vorsichtig, ich verteile das noch mit meinen Fingern ein bisschen mehr, das ist perfekt, das musste ich mir mal kaufen, als ich unterwegs war, also mit Übernachtung, und, und keine Creme dabei hatte, und keine Creme dabei hatte, beste Qualität, ich glaube das hat einen Euro, oder nicht meinen Euro gekostet, das riecht wohl gut, okay, let me Okay, ein Tchuuup Ruin, tragen wir sie auf, auf deine Stirn Tchuuup 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 Wir sind zur Hälfte, über die Hälfte haben wir schon geschafft Weil das tut nie wieder trockene Haut im Gesicht, nie wieder Tchuuup 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 das kommt auf deine Wange Perfekt ich glaube die hier ist reichhaltig was wir bei dir natürlich auch brauchen sieht aus wie Butter riecht natürlich willst du mal riechen? das ist auch der reichhaltige Apparcal ist sehr fest Das ist nicht mein Lieblingsherr. Okay. Das ist ein Moisturizer Serum. Ich mache das ein bisschen auf deinem Kinn. Dann, die, 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 die. Okay, super. Das ist zwar natürlich, aber es riecht, es riecht gut, wo es dann fast leer ist, sehr sehr reichhaltig, die Gesichtscreme. Das ist ja sehr reichhaltig, das ist ja sehr reichhaltig. Tup-tup-tup-tup-tup ... Aber deine Augenuppe, die braucht noch ein wenig mehr Zuwendung. Milky dress, hier ist das Milky dress, Milky Milky Just a little bit Milky Da ist noch eine Menge drin Eine Menge, eine Menge, eine Menge und sie ist nicht so reichhaltig wie die anderen Okay Fass mit deinem Halt sein, Creme Haute Okay Wunder effect, ich glaube die Handwerker sind wieder da, oder? Oder wird gerade jemand weg? Ich glaube, ich glaube, es wird jemand weg. Wir haben so ein kleines Haus, aber ein sehr unruhiges Haus. Zumindest ist es das geworden. Früher war es so ruhig. Oh oh, meine Hände sind so eingecremt, dass ich das nicht mehr aufkriege. Okay. Shit. Ich denke, es ist nicht mehr auf. Okay. 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 Oh, c'est un naturel hier. Ou pas riche de naturel hier. Okay. 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 Also, du hast einen wunderschönen Glow bekommen, einen wunderschönen Glow, 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 Glow. Aber ich habe noch eine Creme und wenn ich die aufkriege, dann kriegst du sie natürlich auch noch drauf. Warte. Die machen wir noch vorher zu. Ich weiß, die sieht genauso aus. Habe ich die andere oder habe ich die schon drauf gemacht? Oh mein Gott, ich habe die schon drauf gemacht, I'm sorry. Aber die hier nicht. Die ist ziemlich leicht. Es tut nicht sehr viel drin. Da ist sogar ein Spachtel drin. Spachtel, 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 Spachtel. Spachtel, Spachtel, Spachtel. Okay. Okay, all in. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Okay, 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 okay. Du bist fertig. Du siehst sehr gepflegt aus. Und ich bin mir absolut, 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 absolut sicher, dass du keine trockene Haut mehr im Gesicht haben wirst. Okay. Have a nice day. Bye, bye. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Mitgliedern bedanken. The Elena Crew. The Elena Crew. The Elena Crew. The Elena Crew. David. Bullnock. Ippie Princess. Ninja XOXO. John Ghost. Darkos. Tina B. Finsteres Licht. Fotografie. Boss. Jasmin M. Mr. L West. Follow. Jan Viva. Tamis Blog. Tom. Vielen Dank, meine Freunde, für eure Unterstützung. Hab euch alle lieb. was dir, was dir wissen alle Leute wäre? Peter, wenn du nicht wissen, was du erst mal gibt. Eher schade nach Logan. Und dann erst mal. Es trekt. Nach dem. Du bist. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020